Was sind die Schwächen des Standardmodells? Das Standardmodell beschreibt sowohl die Eigenschaften als auch die Wechselwirkungen unserer fundamentalen Bestandteile der Materie sehr gut und ist auch bis jetzt von vielen Experimenten gut bestätigt worden. Allerdings gibt es sowohl auf theoretischer als auch experimenteller Seite Hinweise, dass das Standardmodell eben nicht alles vollständig beschreiben kann. Die Supersymmetrie ist eine Möglichkeit, das Standardmodell zu erweitern. Und zwar geschieht das, indem jedem bekannten Standardmodellteilchen ein supersymmetrisches Partnerteilchen zugeordnet wird. Durch diese Erweiterung ist es möglich, bestimmte Probleme des Standardmodells zu lösen. Das Standardmodell hat mehrere Probleme und die, die wir uns hier näher anschauen, ist zum einen das Problem der dunklen Materie. Das heißt, ein Großteil der Materie im Universum entspricht nicht unserer hier normalen, sichtbaren Materie. Und es gibt eben kein Teilchen im Standardmodell, das diesen großen Anteil erklären kann. Um die experimentellen Beobachtungen beschreiben zu können, braucht man ein Teilchen, das elektrisch neutral ist, schwer und stabil. Das heißt, es darf nicht in andere Teilchen zerfallen. Die schweren Teilchen des Standardmodells zerfallen alle relativ schnell wieder, das heißt, sie kommen nicht infrage. Durch die Erweiterung mit neuen Teilchen der Supersymmetrie gibt es dort meistens einen Kandidaten, der eben elektrisch neutral, schwer und stabil ist und somit als Kandidat für die dunkle Materie infrage kommt. Ein weiteres Problem betrifft die Kräfte im Standardmodell. Das Standardmodell beinhaltet drei fundamentale Kräfte, um die Wechselwirkung zwischen der Materie zu erklären. Das ist die elektromagnetische, die schwache und die starke Kernkraft. Und es ist nun so, dass bei höheren Energien diese drei Kräfte immer ähnlicher werden. Und die gute Idee ist eigentlich, dass sich dann bei irgendeiner hohen Energie alle drei Kräfte vereinigen können. Und das heißt, dass bei hohen Energien eben nur eine fundamentale Kraft übrig bleibt. Das Problem ist jetzt allerdings im Standardmodell, dass die sich zwar immer ähnlicher werden, aber es gibt keinen Punkt, an dem alle drei von gleicher Stärke sind. Durch die eingeführten Teilchen in der supersymmetrischen Theorie verändert sich das Verhalten der Kräfte bei hohen Energien. Während im Standardmodell höchstens zwei Kräfte gleich stark werden, führen die neu eingeführten Teilchen in der Supersymmetrie dazu, dass wirklich alle drei Kräfte bei einer hohen Energie den gleichen Wert haben. Das heißt, ab dieser hohen Energie kann man es betrachten, als hätte man nur noch eine fundamentale Kraft. Das ist etwas, was wir Physiker als sehr schön und ästhetisch empfinden. Das letzte Problem hier wäre, dass man eben einen bestimmten Parameter im Standardmodell sehr, sehr, sehr genau bestimmen muss oder festlegen muss, um alle bekannten Teilchenmassen erklären zu können. Das ist das sogenannte Fine-Tuning-Problem. Bei der Lösung des Hierarchie-Problems tragen auch die Beiträge der neuen Teilchen in der Theorie gerade so dazu bei, dass man diesen einen Wert nicht mehr so hintricksen muss. Das heißt, die Teilchenmassen erhalten die experimentell bestimmten Werte, ohne dass man diesen einen Parameter irgendwie genau fein abstimmen muss. Das ist eine viel natürlichere Lösung und deswegen für uns Physiker viel zufriedenstellender. Also wir haben hier drei Probleme des Standardmodells. Das erste Problem ist die dunkle Materie. Das zweite Problem betrifft die Kräfte zwischen den Teilchen, dass sie sich nicht vereinheitlichen bei großen Energien. Und das dritte ist das sogenannte Fine-Tuning-Problem, dass eben ein Parameter sehr, sehr, sehr genau festgelegt werden muss. In der Supersymmetrie gibt es einerseits ein Teilchen, das schwer, stabil und elektrisch neutral ist und somit ein guter Kandidat ist, um die experimentellen Beobachtungen der dunklen Materie zu beschreiben. Durch die Beiträge der vielen neuen Teilchen in der Supersymmetrie ist es auch möglich, dass sich die drei Kräfte, die im Standardmodell nie einen gemeinsamen Wert erreichen, wirklich bei hohen Energien gleich werden und somit zu einer fundamentalen Kraft verschmelzen. Und ebenfalls durch die Beiträge der neuen Teilchen ist es nicht mehr nötig, diesen einen Parameter, der für die Massen der Teilchen verantwortlich ist oder der dazu beiträgt, irgendwie hinzutricksen. Er ist einfach auf natürliche Weise so, wie er sein muss. Einfach auf natürliche Weise so, wie er sein muss. Ich habe ein bisschen gehalten, wie er sein muss. Ich habe ein bisschen gehalten, wie er sein muss. Ich habe ein bisschen gehalten, wie er sein muss.